hallo freunde herzlich willkommen hier mittel auf dem schlachtfeld und zertrümmerte wände wir spielen battlefield company 2 zu gast ist die franzenberry hallo meine leben ja ich spiele zum ersten mal hier battlefield company und ich schau mal wie ich spiele hier ob ich überhaupt was greffe das ist die frage keine ahnung mal schauen ich werde schon beschossen hier ja dann gucken wir doch mal welchem team bist du? du bist im gegnerischen team ich reiß dir den wasch auf ich bin tot ich bin doch schon gestorben reißt mir ich hau euch die wucke voll wo seid ihr? die kleinen ratten ich will sagen ich wie ich renne wie renne ich überhaupt mit shift? mit shift? shift... boah oh 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 oh.... haalder sujet wos ist denn hier los? ich kann trotzdem nicht mehr rein ah ja analytics ich habe Angst wo vor eben sind die ersten gegen morgen habe ich bin in dem Bade 9 die Punkte auch mal hau ab du Mistkröte ja es sei noch dazu gesagt ihr habt bestimmt festgestellt warum verinnert sich die Magazinzahl nicht bei mir Wir spielen auf einem ganz, ganz komischen Zerber, aber gleich mehr dazu. Ist das heftig. Hier geht es ab, Leute. Wie hängt ein Nerder. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Das ist zu heftig hier, Spiel. Alter, warum werde ich denn schon tot, ey? Also wie gesagt, wir spielen auf einem etwas anderen Server. Es gibt leider nur noch fast ausschließlich solche Server, solche gemoddeten Server, wo du halt XP ohne Ende hast. Leider, leider Gottes. Ähm, ein vernünftiges Server zu finden, entweder fliegst du aus mittels Punkbuster oder Gnaden, das sind andere, bleibst du irgendwelche Schick dran verwechseln. Das... Ich... Brauchst du das? Ah, du brauchst das. Ich sterbe gar nicht. Ich sterbe gar nicht. Ich hab dich gerade umgebracht. Wie, du sterbst auch nicht. Ich hab dich doch getroffen. Was, wie, ich sterbe nicht? Ich... Ich... Ey, ich bin schon voller Tod, glaubst du das? Hm. Wieso sterbe ich blaufend? Hahaha. Oh, jetzt krieg ich tot. Scheiße. Ey, das ist so heftig hier. Äh, das ist nicht mal eine andere Waffe. Ey, das ist meiner. Naugigkeit. Mach ich nehm mal die hier. Sag mal, wie hab ich Granaten? Hm. Öl. Ähm. G? Oh, geh mal. Wenn du welche hast. G mit Granat? Oh, danke, danke, Puppelmatch. Position. Ja, das ist ja sehr nice. Okay. Du brauchst ne interessante Waffe. Ah, ich baller auch mit dir um. Yeah. Huh. Ich glaub, wir haben den umgebracht. Du hast ihn umgebracht. Ich bin nicht in deinem Team, hast du schon realisiert, ja? Nee, ich kann... Nee, ich kann... Haha. Ich... Nee, ich kann keine Granate abwerfen. Weißt, mit wie viel redest du da? Wieso auch immer? Sind das so viele immer? Schießen hier. Rennen, rennen. Ah, ich geh nach hinten. Ach, das sind Triple Shot Ding-Pumps-Gerät. Das ist ne Kacken-Kennarre. Ja, ja ja ja. Hey, ja ja ja. Selbenfeuer hier. Halleluja. 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 Das ist echt abnormal, der Modus, ey. Der ist ja Normal-Spiel, so heute nicht, aber... das kann ich alles tun, um sein Lieblingsspiel zu spielen, ne? Ich find's halt schade, Leute. Schreibt's mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass Battlefield immer mehr ausstirbt hier, bzw. Battlefield Company, dass das sozusagen, ja, verwahrlost und dass keinen mehr interessiert so richtig. Ja, leider. Also, ich find's ganz, ganz rarig, dass hier alles immer so Cheats und was nicht alles gibt. Ja, ich hab's nicht. Es macht fast gar keinen Spaß mehr, weißt du, du triffst kaum noch, oder? Ich, ja. Boah, sag ich nie alles für Knarren. Das ist ja... Sag mal, wie kann ich einen Knarren wechseln? Äh, wenn du stirbst in deinem Pioniermenü. Jetzt los. Wau mal, was ist das? Okay, okay. Ahnung, wer hier ballert. Wieso? Hä? Kill it by sniper limit for us and army. Was ist denn das für eine Scheiße? Also, ich bin grad auf der Straße. Na, ich sterb hier nur. Kill it by sniper, kann ja mal sein. Wieso kein Sniper? Äh, ich verpiss mich. Wieso? Wieso? Ich versteck mich in der Ecke und dann, wenn einer kommt, dann schieße ich. Vielleicht ist das die beste Methode. Könnte eventuell sein, aber ich weiß es nicht. Was ist auch da? Bist du schon wieder tot? Nein. Was heißt hier schon wieder? Ich habe eh. Ah, oh, warte hier. Ich bin hier irgendwo im Haus drin. Warte. da ja 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 und ja das nervt extrem an diesem modus hier ist alles voll übertrieben ja echt mal ich bin ja selber nicht besser ich nützt ja Kein Wunder, dass man so schlecht stirbt. Sag mal, hast du auch Granaten? Ich nö. Ich hab auch keine Granaten. Steh ich auch nicht hier. Ich schmeiß nie die Granaten. Soja, ich hier. Aber hinten ist auch einer. Schaut ab, ihr Viecher. Ah, tot. Ja, ja, ja. So, jetzt nehme ich mal Aufklärer. Ui, ich renne hier über dem Boot hier. Jetzt geh ich hier. Auf dem Boot. Wieso, wenn ich den Aufklärer wähle? Ui, 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 ich schwolle diese Kackgranate. Oh, Mann, ey. So. Die und ihre Scheiße. Ja, so kann ich euch wenigstens mal die ganzen, äh, Waffen zeigen. Er leckt mich am Arsch. Oh, wirklich. Ich weiß nicht, wie oft ich gestorben bin, äh, weiß nicht. Wann ist denn hier das Fecht zu Ende hier? Kommt drauf an, wie viele Leute noch sterben. Ist das eh noch? Ich weiß nicht, wie viele Leute noch sterben. Ach so, viele Leute sterben. Ja. Ich hab die Schlauze voll. Zwischenruhe. Ja. Wunder. Wunder. Ja, 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 ja. Ich bin wohl ein Granaten, Granaten, Mann. Ich bin jetzt schon wieder Ich bin jetzt ein bisschen ruhig Ich bin jetzt 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 Wo bist du genau? Gut, unter der Ahle. Ich bin hier irgendwo, weiß ich, genau. Hm, hier klingt auch sexy. Ja, warum lade ich eigentlich nach? Brauch ich doch hier auch nicht. Goll. Ab in den Tunnel. Oh, ich halte es. Na gut, ich wollte sagen, reicht erstmal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däubchen da, aber ein Abo gar nicht schlecht. Bis dahin, tschau.